Nummer 3. Tragbares, kompaktes und umweltfreundliches Klimagerät der Klasse A. Maße 70 cm Höhe und 35 cm Breite. Hohe Kälteleistung von 10.000 BTUs, mit natürlichem Kältemittelgas für minimale Auswirkungen auf die globale Erwärmung. Ein Tank ist nicht erforderlich, das Kondenswasser wird über den mitgelieferten Schlauch abgeleitet. Touch-Display und Fernbedienung zur einfachen Einstellung aller Funktionen, Lüftung, Kühlung, Entfeuchtung, Auto, Sleep, Turbo, Timer, Standby. Praktisch zu bewegen und in verschiedenen Umgebungen zu verwenden. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 2. Kompaktes und umweltfreundliches Tragbares Klimagerät der Klasse A. Kühlleistung 9.000 BTUs. Das Kondenswasser wird über den mitgelieferten Schlauch abgeleitet, ein Tank ist nicht erforderlich. Touchscreen und Fernbedienung zur einfachen Einstellung aller Funktionen, Lüftung, Kühlung, Entfeuchtung, Auto, Sleep, Turbo, Timer, Standby. Dieses Klimagerät kühlt und entfeuchtet mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt. Hervorragend geeignet für die Verwendung in jedem Ambiente. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Tragbares Klimagerät der Klasse A. Mit geringer Umweltbelastung und Silent-Systemfunktion. Bis zu 10% leiser bei niedrigster Drehzahl gemäß den internen Labortests von Olympia Splendid. 10.000 BTU-Kühlleistung. Integrierte Blue Air Technology für eine gleichmäßige Luftverteilung im Raum. Touchscreen Display und Fernbedienung zur einfachen Einstellung aller Funktionen, Lüftung, Kühlung, Entfeuchtung, Auto, Sleep, Turbo, Timer, Standby. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon.